3cl des dunklen rums in den shaker dann brauchen wir unseren hellen rum auch von dem wieder 3cl und wie immer plantation ist einfach kein besser rum brauchen grenadine davon gar nicht so viel nur 7,5 milliliter dann brauchen wir 3cl maracuja saft 1,5cl frisch gepresst ohrsaft und dann noch 7,5 milliliter gemettensaft für die säure und das ganze wird auf crushed ice geshakt als nächstes mache ich da eine maraschino kirsch drauf so dann haben wir den hurricane nummer 1